Es regnet, liebe Zuschauer, kein tolles Fußballwetter, aber wir begrüßen Sie dennoch sehr herzlich zu diesem Spiel. Wolf Fuss und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatoren-Gespann. Und am heutigen Tage zeigen wir Ihnen das letzte Spiel dieser Saison. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi? Letztes Saisonspiel also, Wolf. Das ist natürlich der Zeitpunkt, auch zurückzublicken. Jetzt ist er auf und da vorne macht er das Tor. Ist es das? Weiter gefährlich nach diesem Block. Ganz stark. Da haben Sie den Platz auf dem Flügel. Klasse Pass! Da kommt die Flanke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Der Torwart war da nicht gefordert.